hallo und schön dass ihr dabei seid bei diesem let's play world of warships und es ist gleichzeitig ein preview video vom neuen tier 7 polnischen zerstörer blischkawitzer wir sehen hier schon die optik von diesem zerstörer typisch natürlich wobei hinten zwei türme vorne zwei türme allerdings hat vorne der hier nur einen turm beziehungsweise ein rohr viel mehr wir fangen ganz kurz mit der historie an die blitzkawitzer war ein zerstörer der polnischen marine im zweiten weltkrieg und danach das kriegsschiff wurde noch vor kriegsbeginn im rahmen der operation peking nach großbritannien evakuiert und nahm im dienste der polnischen exilregierung an mehreren operationen der alliierten teil die blischkawitzer überstand den krieg und ist seit dem ersten mai 1976 ein museumschiff im polnischen marine museum gedingen ich hoffe ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen ja also dieses schiff kann man in der tat noch bestaunen es gehört zur kommen klasse wurde am ersten oktober 1936 vom stapel gelassen die indienststellung war am 25 november 1937 und eben seit dem ersten mai 76 am museumschiff die länger effektiv beträgt 114 meter die breite ist 11,3 meter der tiefgang beträgt 3,3 meter die standard verdrängung sind 1975 tonnagen und die besatzung sind 192 man nun gehen wir aber in die virtuelle welt und schauen uns die spielwerte an dann natürlich zuerst mal die module wir haben 120 mm geschütze der rumpf hat 15.500 hit points bei einer sehr reduzierten panserung natürlich die torpedos gehen acht kilometer weit haben eine geschwindigkeit von 57 knoten und ihr könnt damit einmal in der minute schießen zwölf kilometer beträgt die reichweite der geschütze und wir haben eine leistung von 54.000 ps was eine höchstgeschwindigkeit von 39 knoten bedeutet zur überlebensfähigkeit haben wir schon alles gesagt 15.500 struktur bei 10 bis 16 mm panzerung die artillerie wenn wir vorne die hauptbatterie mit dem einen rohr ansonsten drei mal zwei mit 120 mm torpedos 8 kilometer reichweite und zwei mal drei mittig positioniert natürlich im rumpf das heißt dementsprechend sechs torpedos auf eine seite abfeuer bereit die flugabwehr vier mal 2 13,2 mm geschütze die 2,1 kilometer wie 2,1 kilometer reichweite haben bei einem mittleren schaden von 12 sehen wir hier klein und süß dann gibt es noch 40 mm 2 x 2 stück die haben dann doch noch etwas mehr woms kommen auch sogar weiter nämlich 3,5 kilometer bei 18 schaden manövrierbarkeit 39 knoten höchst hochgeschwindigkeit wie schon angesprochen 610 meter wendekreisradius und eine ruderstellzeit von 5,8 sekunden nun nachdem wir wissen acht kilometer reichweite der tops ist natürlich wichtig wann gehen wir auf oberflächen oberflächensichtbarkeitsreichweite sind 7,7 kilometer und aus der luft passiert das ganze bei 3,8 nun gut das waren die zahlendaten fakten nun gehen wir aber ins spiel nun geht es also auch gleich los auf der karte nordlichter im herrschaftsmodus und wir sehen schon eine sehr stimmungsvolle setting und was gibt es schöner als eine dunkle karte mit einem zerstörer zu fahren da können wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr aus dem hinterhalt an den gegner anschleichen und für angst und schrecken sorgen turmdrehgeschwindigkeit ist recht solide und wir haben eine nachleite zeit von knapp über sieben sekunden da vorne ist also auch schon die panzer cola und das schießen schon die ersten auf die panzer cola das heißt die schon offen da drehe ich ja mal gleich weg weil ich habe jetzt keine lust auf mich geschossen zu willkommen aber ich bin ja sogar schon offen gewesen also das heißt der gegner schützer störer darf nicht weit weg sein das heißt ich schieße einfach mal proxie mal ein paar torpedos da in die mitte vielleicht aber auch nur vielleicht kann er da schon mal der erste hit sitzen jetzt werde ich mich aber erstmal wäre dann richtung orientieren ich denke die werden in keinster weise ein ziel finden aber wie gesagt könnten wir auch eine abschreckende wirkung auf den gegner haben die nagato die fährt leider nicht direkt unsere richtung man kann nämlich auch auf die distanz auch wenn eigentlich deutlich zu weit weg ist aber normalerweise schießen dafür bräuchten wir aber den a den richtigen winkel um dann auch die distanz überbrücken zu können aber probieren kann man es mal man weiß ja nie was passiert ich bin schon wieder entdeckt in dem fall da musste es ein zerstörer sein also kann hier die farragut oder die sims sein die hinter mir ist jetzt machen wir gleich mal rauch an und das ist die sims ich hoffe mal dass mein team da mich jetzt unterstützt gerade die oma die dann nahe dran steht wäre natürlich ideal aber aufgrund dessen dass jetzt hier der gegner nicht vorhanden ist kann ich da auch mal versuchen drauf zu schießen traurig aber war dass der gegner hier mit der sims so lange sich da behaupten konnte ohne dass er auf ihn geschossen wird meine torpedos haben leider keinen weg richtung gegner gefunden aber gut das ist ja auch er dann nicht die regel und aber der a punkt der ist aktuell noch sehr vernachlässigt vom gegner dann kümmere ich mich da auch mal um den die nagato da drüben wäre auch ein wunderschönes ziel aber leider nicht treffbar und auch hier jetzt die fuso wie gesagt immer auf die sichtbarkeit denken und schon wieder offen die sims ist da extrem unangenehm das haben wir erst erstmal hitten können aber wie gesagt wenn hier offen muss sie echt die distanz dazwischen mich und den gegner bringen die sims macht einen guten job das muss man ja auf jeden fall mal lassen hat natürlich auch unglaublich schnell schießende kanonen also da lebt die sims dementsprechend auch von aber jetzt habe ich hier genug team im hinterhalt dass da unterstützend agieren sollte jetzt versuche ich auch einfach mal ein bisschen meine doch recht weit reichenden kanonen ein bisschen ins spiel zu bringen und nicht nur auf die tops zu gehen das was die sims da kann kann ich natürlich auch auch wenn die gegner da ein bisschen mehr das fokus feuer auf mich einsetzen und das mein team irgendwie gefühlt eher weniger schafft nagato und fuso sind auch natürlich schon dicke bummer und eines darf man leider auch nie ganz außer acht lassen ich bin einfach nicht der klassische zerstörer spieler die sims macht es jetzt hinten sehr sehr gut man sieht die schüsse aus dem hinterhalt das heißt die hält jetzt einfach hier von hinten drauf kann da jetzt dementsprechend schießen ohne dass sie selber aufgeht oder da jetzt im bedrängnis kommt ich werde mich jetzt mal versuchen richtung b zu orientieren weil das hier drüben ist mir einfach da ein bisschen zu extrem auch wenn der gegner weg fährt ich habe keinen wo ich die tops so ins spiel bringen kann dass ich das team ja mal in den schuss fahren ganz im gegenteil wir fahren wir alle weg da brauche ich mit den acht kilometer reichweite gar nicht großartig anfangen aber aufgrund der geschwindigkeit die hier gerade mit boost ist kann ich natürlich dementsprechend mal versuchen richtung b zu fahren sofern hier nicht irgendetwas unangenehmes gleich entgegen kommen wird so unser team fällt gerade rapide aber auch das hier drüben ist sehr suboptimal unser unsere nagato dass da passt gerade vieles nicht von unserer team aufteilung aber wie gesagt jetzt zumindest mal einen punkt holen das wäre zumindest schon mal eine basis die pencil cola ist leider so am fahren dass ich da meine torpedos nicht anbringen kann aber bevor sie gar nichts machen schick ist trotzdem mal los weil von der nachladezeit wird es nicht besser aber auch die für entfernt sich jetzt schon wieder die tritt schon wieder bei läuft alles nicht so perfekt für die runde die gegner fahren jetzt hier durch die mitte auf die rüber ich könnte höchstens versuchen da nochmal auf die colorado zu gehen jetzt wird hier blind drüber geschossen das zumindest aussieht wie gesagt ich glaube ich werde jetzt mal mein glück mit der colorado probieren der punkt ist zumindest mal unser aber auch hier wieder 7,7 kilometer steht über allem und ich bin gerade aufgegangen hinten ist schon der nächste die nächste rauchwolke von einem gegnerischen zerstörer gewesen da bin ich wieder offen aber dadurch dass der gegner gerade kein auge für mich hat kann ich hier so ein bisschen mal da mal rein halten nur muss ich aber aufpassen die fahrer gerade kommt da schon näher hat die korea das gut gemacht ist nämlich hat nämlich einfach abgebremst aber jetzt bin ich außerhalb der sichtweite also wenn ich jetzt zu bin bin ich auch zu und jetzt würde ich mir gerne mal einfach die farragata schnappen weil die wird jetzt wahrscheinlich sich hier hinter orientieren um den gegnerischen carrier zu verteidigen so und jetzt gehen wir mal auf die farragata drauf und da haben wir die schon mal zerstört aber es schaut hier nicht so aus als ob hier noch ein carrier irgendwo wäre auch die flugzeuge starten hier nicht also ist wahrscheinlich doch da eher im bereich j 1 da unten hatte das mich da ein bisschen ablenken lassen der gegner ist gott sei dank nicht so krass am cap am captain so und da kommt jetzt die colorado die würde ich ja gerne gehen und noch sieht sie mich auch nicht weil ich hier hinterhalb der insel bin eben für sie dementsprechend ist meine hoffnung dass so ein bisschen die tops da überraschend agieren aber das kann man es leider natürlich jetzt nicht mehr in der gewissheit ansehen aber zwei haben doch getroffen drei sogar na jetzt bin ich doch die ober offen also rauch an und engine boost auch an aber wir sehen der colorado die hat gut eingesteckt die hätte ordentlich büßen müssen so die ober hat genug die fahrt weg und wir kämpfen uns und schießen uns wenigstens so ein bisschen zurück ich hoffe der ober wird jetzt noch bei drin das wäre sehr schön so da ist noch mal einer zwei noch mal angekommen bei der ober also von dem her die gegner machen wir da schon gerade den gefall dass sie gut in die torpedos reinfahren und jetzt hier aus der luft eben da muss man aufpassen ich habe keinen rauch mehr vielleicht noch sneaky anschleichen an den flugzeug träger die flugzeuge kam hier gerade schräg aber das muss jetzt noch nichts heißen die können natürlich auch einfach auf der karte unterwegs gewesen sein so jetzt geht der gegner auch auf den b bereich jetzt muss ich aufpassen aber noch dürfte ich nicht offen sein die fuße kommt allerdings schon in meine richtung ich schätze mal dass die hier irgendwo hinter der insel steht und nun kommen auch die flugzeuge final in meine richtung also jetzt ist alles egal ne wobei ne die fliegen doch wieder weg ist extrem knapp ob ich hier aufgehe oder gespottet werde oder nicht hier nochmal die fuße auch die darf dass die so meine richtung fährt könnte sie trotzdem innerhalb der acht kilometer dann kommen und jetzt ist es egal das spiel ist eh gleich rum wir sorgen noch für ein bisschen action die fuße ist gerade nicht auf mich eingeämmt und wir heizen einfach nach es sind jetzt nur noch 34 tickets also wirklich sehr sehr minimalistisch nur noch 16 da ist ja ober die haben wir vorher schon mal getroffen und jetzt bin ich sehr gespannt was an credits raus gibt es leider eine niederlage aber es dürften doch ein paar tausend hit points gewesen sein die ich den gegner abgezogen habe teamwertung sind wir auf platz 2 gelandet einen abschuss hammer vermelden können und es waren knapp über 40.000 schaden ist jetzt vielleicht nicht welt bewegend aber ich denke man hat so einen guten eindruck bekommen und natürlich wichtig sind die kredit punkte mit premium was ich natürlich habe sind 226.000 ausbeute das finde ich für 40.000 schaden bisher mehr absolut in ordnung also von dem her für zerstörer spieler bestimmt ein sehr feines spaßiges schiff ich hoffe euch hat es gefallen bis zum nächsten mal euer alkaramba also von dem her